Ja Ich schenk uns ein mit dem Biss Viel zu fly wie ne Fritz Ja, ja, ja Herzlich Willkommen zu einem neuen Video In diesem Video zeige ich dir einen kleinen Skatepark hier in Aachen-Allendorf Man sieht schon drei Obstacles und die checken wir zusammen ab und schauen uns die an und machen auch einige Tricks, wenn es hier möglich ist Hier das erste Obstacle Eine kleine Quarta Auf der anderen Seite auch eine kleine Quarta Hier so eine Rail für ja, Inliner eher Ja, ein kleines Obstacle und hier eine Bank mit ja, Rail Curbs oder ähnlich Ja, ich sag mal besser als nichts ne in so einem kleinen Dorf hier wie Islandorf ein Skatepark zu haben ist schon für die Kinder und Einwohner viel Wert, denke ich mir und wir haben zwei Skateparks hier das ist nur einer in diesem Ort Kommen wir zu den Obstacle Das ist eigentlich genau dasselbe Obstacle wie dort hinten, nur anders versetzt genau dasselbe Ja, das dritte Obstacle ist hier das Rail von klein bis auf groß Ja, das sind die drei Obstacles hier an diesem Skatepark in Eilendorf Ja, dazu muss ich sagen Eilendorf hat zwei Skateparks das ist der erste und es gibt noch einen zweiten da fahren wir auch noch die Tage hin und für ein Dorf ist das auf jeden Fall ja, für ein Stadtbezirk, Eilendorf zwei Skateparks zu haben ist schon top, finde ich Aachen hat sowieso mehrere Skateparks die überall verteilt sind doch hier in Eilendorf haben wir direkt zwei Stück ja, nicht viel los hier in den meisten Parks die außerhalb von der Stadt sind ist immer etwas weniger los so hast du mehr Ruhe und Zeit deine Tricks zu lernen so ich habe euch einen kleinen Skatepark hier gezeigt und jetzt versuche ich mal ein paar Tricks zu machen mal schauen was ich hier hinkriege so viel Zeit habe ich heute auch nicht ich muss später auch wieder zu meiner Skateparkschule aber meistens drehe ich meine Videos immer vor der Skateparkschule deswegen so ein paar Tricks müssten hier klar gehen gar nicht eingewachsenes Rail gar nicht eingewachsenes Rail von Aachen-Allendorf von dem ersten Skatepark an den Pyramiden kann man ein paar Spielereien machen ein paar Tricks machen hier an den Rail könnte man viel mehr machen im nächsten Video wenn ich hier bin mache ich auf jeden Fall mehr Tricks an diesen Rail und ja, ich muss überlegen was ich hier noch so mache ich fahre noch ein bisschen das war's vom Spotcheck Aachen-Allendorf Skatepark Nummer 1 bis zum nächsten Video Don't wait, go skate! ich schenk uns ein mit dem Whisky geht so fly wie ne Fritz yeah, yeah, yeah